1991, 1. Mai. Die Schlagzeilen gehören einem unvergesslichen Sieg. Beim Europameisterschaftsqualifikationsspiel gegen Bulgarien in Sofia liegt die Schweiz nach 25 Minuten mit 0 zu 2 im Rückstand. Nach der Pause trifft Knupp zweimal. Nach einem imperialen Solo in der 90. Minute schiesst Türkilmatz das Siegestor 3 zu 2 ein Triumph. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017